Er hat hier eine Pommes und unten, wenn er es aufmacht, ist ein kleiner USB-Stick versteckt. Was? Das muss ich testen. So, wir haben jetzt unsere Pommes und wir sind super gespannt. Wir haben zwei Stück geholt. Wir holen jetzt mal einfach die Packungen raus. So, jetzt bin ich mal gespannt, beziehungsweise eine reicht ja erstmal. Okay, wir gucken jetzt mal hier rein. Jetzt fliegen die hier hin. Ich habe eigentlich extra den Teller hin gemacht. Sehr, Tino. Erstmal natürlich hier eine Pommes snacken. Okay, es sind leider schon ein bisschen kalt, da werden die schon ein bisschen leertschicken. Ganz so nice. Aber, jetzt soll hier unten in der Verpackung so ein USB-Stick, so ein Pommes-Stick von McDonald's versteckt sein. Ich frage mich, warum soll da sowas drin sein? Und wenn was drin ist, was ist da noch drauf? Ja, das ist die Frage. Was wäre dann drauf? Aber wäre irgendwie ein interessantes Easter Egg. Okay, also Leute, guck mal, wir machen jetzt hier. Warte, wir machen das mal hier auf. Moment, so. Ah, komm, hier ist ein bisschen. Okay, warte mal. Ey, irgendwie ist der Karton hier voll hart, gell? Ah, nein, die Pommes fliegen hier schon runter, Leute. Äh, egal, egal, Leute, egal, 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 egal. So, wir schauen mal, ob da wirklich was drin ist, okay? Dicker, wir tun mal das Papier raus, dass wir ja niemand mitessen. Echt, jetzt mach ich hier das... Ist der Karton echt unten so fest? Ja, der... Aber ich glaube, man hat schon was gesehen, gell? Echt? Ja, ich glaube, man hat was gesehen. Ist da was drin, oder was? Der sagt gerade so aus. Warte mal, da ist echt irgendwas Rotes. Hä? Warte, es kommt mir echt so vor. Siehst du das hier? Alter, nein. Nein, als ob. Dick, das kann nicht sein. Als ob. Ich wäre das auch gekriegt, wenn ich die Pommes von rausgeschüttet hätte. Das war... Ich denke schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe, als ob das der USB-Stick ist. Guck mal, hier ist Tart. Als ob... Nein! Oh mein Gott, Leute. Digga, lass mal schauen, was... Was? Was? Oh, Pommes in den Pommes! Hä? Ist das wirklich ein USB-Stick? Was? Hä? Okay, Leute, warte, wir schauen mal. Und? Es ist einer. Was? Oh mein Gott, ich will unbedingt wissen, ob da was drauf ist. Okay, Leute, das schauen wir mal. Ich will unbedingt wissen, was drauf ist. Wir gehen jetzt an den PC und schauen mal, was da drauf ist. Aber crazy! Am Ende einfach nur Virus, oder? Nee, hier, also wir schauen direkt nach. So, wir stecken das jetzt ein. Ich hoffe mal, dass da kein Virus drauf ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und zack, rein! Einfach ein Pommes USB-Stick hier erscheint. 117 Gigabyte! Alter! Was ist da drauf? Aber der ist ja leer. Der ist ja noch leer, okay? Ja, aber da ist es drauf. Und hier ist ein Ordner. Neuer Ordner. Hä? Irgendwann ist da drauf drin? Neuer Ordner. Hä? Als ob da immer ein Ordner im Ordner drin ist. Neuer Ordner, neue Ordner. Hä? Leute, was? Ich check's nicht. Digga, was ist da los? Was ist das? Jetzt, guck mal, immer ein neuer Ordner. Ich glaube, wie oft ich draufkriege. Guck mal, die ganze Zeit. Hä? Oh! Eine Datei. Datei. Oh Gott, jetzt 22 MB. Oh Gott, ich bin gespannt. Was ist da drin, Leute? Drei? Reingefallen, Leute. War natürlich nur ein Spaß. Man kann diese USB-Stick ganz einfach nicht mehr kaufen. Also wir haben den einfach in die Packung reingemacht. Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht.